So, nachdem das Game gerade von Riot komplett Giga-Bam-Boom-Bam war, sind wir jetzt wieder da. Game Nummer 3, auf geht's. Wollen wir einen Vayne? Nee, ich muss Traps placen. Nee, nee. Du musst noch nicht zeigen, da in der Mitte, na? Ganz normal, ey, du Mitte ist top. Ja, ich zeig mich bitte auch. Man sollte seine eigene Katze einscannen und als Yumi-Scan benutzen können. Ja. Ist ne Eroge. Wird du komplett? Finde ich schon ziemlich nice. Ganz geil, wenn man einen Helikopter hätte, mit dem man auf das Toplane fliegen kann. I did not hear that for a long time. Na ja, wir haben heute noch bei TTT darüber geredet, da herkomms. It's old, but it checks out. Oh, ihr habt tatsächlich Sommers gechangt, ne? Ich höre jetzt erstmal slavische Popmusik. Ich höre jetzt eh nicht so, also... Der Beria. Achso, ne du. Aber der Beria, da. Da oben. Ähm... Die haben das gewardet. Kann der Redman warden gehen? Der Redpuff oder was? Ich geh jetzt top, ne? Jaja. Jaja, die haben den Redpuff gewardet. Nee, aber die waren auch nur hier, oder? Ja, hier rüber. Ich war da. Nicht da langlaufen. Kannst schon einen langen Weg gehen, du Urma. Das ist kein Problem. Das ist wie ein Pull. Ich meine, du würdest jetzt erst anfangen zu pullen, normalerweise ein Redpuff. Alles gut, Sche. Das rocken wir jetzt hier unten. Ich habe auch zweimal Manaflow Band geprockt. Die Lane ist quasi 1. Ihr Bot pullt nicht? Ja, top pullt. Ist doch Klepto-Ken, ne? Der wird sich garantiert nicht freuen. Wird weh gestartet? What? Ist ja eigentlich noch mehr Flame, oder reicht das langsam? Bist du, Kocha, GR8? 5. Wenn man einfach mit diesem Scheißlohn geht man nur für Manaflow-Bandprocs. Weil du machst... Du bist schon auf Level 1, schon 200. You, 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 me. You used to call me on my Felfone. Ich habe keine Ahnung wo... Redpuff ist ihm noch nicht. Redpuff ist ihm noch nicht. Wenn sie das hier top pull clear macht, dann irgendwie top pull clear. Ne, da ist sie wieder. Jetzt ist sie wieder. Das ist ja easy. Alter, wie mein Ken-Manion einfach Mental Breakdown hat und alle zwei Sekunden was anderes hittet. Die ist bestimmt Bot-Zeit irgendwo. Ja, die waren red. Oh, Tim hört sich ein bisschen müde an. Ne. Alarm. Ne. 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 Ich weiß nicht, was die Elise macht. Ja, ich kann mal hier checken. Wird er gerade über den River zu mir kommen? Wird das super aufwechseln jetzt gerade. Ja, aber die Elise ist ja im River halt, ne? Ne. Schwierig. Wird irgendwo sein eigentlich. Können wir aber wieder runterpoken. Die hat keinen Putt mehr beide. Topside ist cleared. Same though. Steh dich immer an Ward. Komm trotzdem. Scheiß drauf. Wir playen die. Alles auf Lux. Jo. Willst du da weiter? Nice. Oh, das hat gereicht. Ne. Kein Flash. Ah. Warte. Die geht Topside. Kann ich Instant da? Ja. Du kannst jetzt. Oh. Gott sollte jetzt keine Suns mehr haben. Lass mich nur ein bisschen reinpushen. Nein. Kein Bock gegankt zu werden. Ja. Hast du gesagt, Tim? Wir können die da abfangen theoretisch, Johnny. Ja. Aber ich kann halt die Lane. Ist auch für dich verlassen, oder? Ich move, ich move, ich move. Ja. Wacht das Mist? Ich move auch. Oh, da wollen wir ja nicht. Ich geh wieder. Nein, nein, nein. Oh, die hätte ich lassen können. Sorry. Jetzt gehabt noch. Äh, Elise keinen Flash. Nice. Äh, Mitter hat auch keinen Flash. Gerade. Gerade. Äh. Äh. Ich brauche keine Suns mehr aufpassen, wenn er in Elise kommen will. Gerade dead. Also. Die hat kein Botzeit-Jungle. Ich glaub wir müssen Topzeit gehen. Die weiß nicht, dass die Botzeit-Jungle weg ist. Die war da noch nicht drin. Generell ein weirder Jungle-Clear von hier irgendwie. Ja. 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 Nee. Nee, TP Top. Können wir hier gucken, ob wir das mal testen können? War halt noch nicht base, ne? Ja. Mach ich dir einfach. Sie ist Topzeit. Oh, ist es hier? Ich muss da keine Pots mehr. Hey, der Moved. Der hat 5-6. Kann auch Moven. Geh da mal raus. Lux Moved, Lux Moved. Lux Reh. Lux ist giga low mittlerweile. Ja, ne. 200 HP. Wenn die Räder hier so vorläuft, können wir die eigentlich nehmen. Wir haben halt TP gesaved. Kennen grad miss. Lux ist base wahrscheinlich. Kein Potmail-Schuss-Tonner. Braucht 400 für Bier. Kennen Reh. Den mir ein Pink Ward. Ja, ich geh resetten. Die ist wahrscheinlich an ihren Golems. Ihr Red is soon up. Wollen wir Top-Side Grabe contesten? Wollen wir Top-Side Grabe contesten? Wollen wir Top-Side Grabe contesten? Ich weiß ja, der Blue ist jetzt von hier ab. Dann der Jump raus? Vielleicht bin der Bot-Side, ne? Kann man zumindest Vision stellen. Lux Mr. hat die wirklich ein Bot-Side wahrscheinlich? Die hat abgebrochen wegen mir. War dann ziemlich low. Ich glaub, wenn du durchziehst, können wir hier oben die Krabbe sogar noch halten. Ich bin 6 nach Red Buff. Ah, gut. Okay. Ich hab einen 15 Ward. Und noch eine Wave nach mich BF. Ich geh da nochmal hin und guck mir das an. Die ist ja noch da. Ja, ich komm jetzt zu der. Ah nein, das sollte free sein. Hätte ich seit dem Blue gemacht, statt die Krabbe. Ja, also ich hab mega Prio. Was ich nicht erkennen. Habe ich auch. Ich hab nicht so viel Bock. Kannst du uns Backup geben unten, Finn? Ja, wir können eigentlich Stain. Ich hab noch eine Morde. Ich hab noch 10%. Ja, ich glaub ich passt. Ich hab auch beides Thumbs up. Ja, hier mir ein Pink. Wie gesagt, keine Ahnung. Elise kann grad überall sein. Der hat ihren Jungle eigentlich. Ich glaub, die Tristana ist zu low, um reinzujumpen. Einzige, was noch ab ist, ist das Enemy-Gro-Lames. Ja, die ist Safe-Based. Kann ich mit in Roam? Äh, Wotline? Er ist in Base. Ich resette eben. Ich hab mein Jungle-Item. Ich glaub, Ken hat grad geirrtet. Ja. Wtf. Ich würde trotzdem in Base gehen. Miss Click. Ah ja, auch schon für Miss Click. Oh ja. Jetzt fängt's langsam an. Die Kukomo fängt jetzt langsam an, Riechwee zu tun. Hört gar nicht. Solange wir Extras haben, sind wir fein. Aber die haben schon ziemlich dicken Burst, wenn die einfach auf uns rausjumpen. Gämmen hier ein Pink Ward. Wot hat jetzt auch wieder Summs. Ich kann den Drake, Solon, Elise ist topside gemoved. Topside? Ja, wir haben Bad Push Prio. Lux war auch Mitte. Hier grade zu sehen. Okay, Kevin. Wir pushen mal H durch dann. Ja, ja. Lux ist wieder da. Wird das fast dead? 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 Können wir den Pink clean? Ist bisschen risky, wenn die Elise hier ist, ne? Elise ist nicht hier. Elise ist top. Wir können Botline-Territch was versuchen. Wir sind dann eben alles wieder ready. Fucking shit, alter. Auf jeden Fall hinter den gerade. Kammer. Er hat troll von denen. Clean, clean. TP gleich top. Äh, nicht sowohl hier. Vorbei, ich glaube ich muss gar nicht TP'n. Ich bin 15 TP. Wir können eigentlich noch Displating nehmen und dann resetten. Kann ich TP'n eigentlich sogar. Ja, ich hab sinnlos. Noch mal Gängen hier, oder? Weiß nicht. Maybe. Wir können die hier eigentlich abfangen, glaube ich. Candace cut Mist. Der hat wiederholt. Der wird rausgefunden, oder? Ja. Aber auch immer noch. Kennen immer noch Mist, ne? Der kann auch unten sein, okay? Ja. Ah, ja. Ist top. Wir können Töten nehmen. Ja, nehmt mal Tür um. Das wär ganz schön gut, ey. Ich hab keinen Bock hier auch. Top Lens, so ne Aids Lender. Holy shit. Ja. Kann was raus? Verkramt hier, Alter. Ich war blind, glaube ich. Ich muss mit. Ja. Soll ich TP'n? Ja. Mach, 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 mach. Mach, mach. Für dich eigentlich, dass ich Platings krieg. Genau, direkt top TP'n für Tempo. Gerade hier hin? Ja, ich würde die da auf jeden Fall abfucken. Kann sie überholen, aber wenn die da stehen. Ah, ich hab drei Sekunden aufholt. Oh, ich glaub, was ich trotzdem noch genommen, oder? Ne, ne. Das war, ich hab den kleinen Raptor gekriegt danach. Boah, ich dachte gerade schon. Ja, ja, das war das Sound. Direkt drauf. Bitte Flash. Ich komme. Ey, die sind euch, ey, die sind euch. Oh shit. Das hat nicht so gut geschmeckt. Ja, kein Flash, kein Flash, kein Flash. Wir haben so gut rotiert, ey. Boah, ich gut oft. Dort haben sie gut gemacht. Geh ich bot? Ja. Ich renne auch top. Wir haben hier Vision gehabt. Ich hätte wahrscheinlich auch so nicht einfach in den Kenn reinlaufen sollen. Das ist ja scheiß Pflanzen. Komm, 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 komm. Kennen keine ult. Luxe auch keine ult. Komme, ich komme, ich komme. Drei Sekunden hab ich Q. Gib mal die Luxe, ich geh mal die Luxe. Asana hat Flash-Wertig, glaub ich. Boah, ich wollte die beiden nicht. Ich kann die Cloud nicht killen. Ich hasse dieses Logo, ne. Und Passive. Ich habe die nicht getötet. Äh, ich kam nicht ran. Können hier noch rüber? Warte. Wir bot Prio, wir können auch Harald nehmen, oder? Du Starnas muss. Ähm. Wer hier? Oh, ne. Ich muss mal auf. Ich muss mal auf. Ich muss mal auf. Ich muss mal auf. Ja, wer nicht auf. Ich muss mal auf. Ich bin auch nicht mehr so healthy. 3 Sekunden Q, Kevin Wollen wir, wollen wir, wollen wir Kein Flash, kein Flash Womit? Ehh, einer muss bot gerade mal So, ich oder gehst du? Ich geh, ich geh Bleib mal hier Ne, bleib mal bei Sola, bleib mal bei Sola lieber Ja, Tresano geht der E-Base Oh mein, er hat glaube ich gar nicht move müssen My Bad Puh, ich bin äh Gleich tittern fällig mit dem Bild Wir haben nicht schon nie Ja, das stimmt Kenntnis mitte Er ist gerade ziemlich strong Der Bia finde ich Base gär Ja, aber noch lange lange cool Hm, joa Dragon 30 Wollen wir den preparen? Ich geh kurz Base und dann bin ich am Start Ich würde eigentlich auch gerne mal Base gehen Danke Base, Danke Base Geh jetzt Base Er ist wahrscheinlich Mercs gehen sollen da auch Ich glaube es ist Na, ja Ja, 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 ja Ich glaube wir können die trotzdem töten, oder? Jajj ich wollte eigentlich Dragon Pitcreate Du danst das doch noch vor euch, der war so, hm, er überlegt, er überlegt. Ich renne die jetzt einfach um. Aber Drake halt, ne, einfach mal Drake. Zeig dich meist mal nicht, zeig dich, ey, gut, ich hab die P mit. Die machen Herald, glaub ich. Lass du einfach Drake nehmen. Ja, lass einfach Drake nehmen. Dann können wir Drake und Mitte fast schon nehmen. Ja, dann lass wie Mitte und... Können Mitte, ja, ja, ja. Du hast Ult abgenommen. Wann hast du Ult? Wann hast du Ult? Ich hab Ult. Ja komm her, scheiß auf den Pink bitte. Ja, true. Ja, die Flanken. Ich kann euch da nicht helfen, ich nehm einfach Drake. Everyone for himself. Habt ihr noch was, habt ihr noch was? Geh hoch. Oh, geh doch hoch. Den Drake hast du doch so oder so. Ich hab keinen Smile. Achso, du hast keinen Smile, das wusste ich nicht. Deswegen sagte ich ja, äh... Kennen keine Ult? Hier? Oh. Nicht gebaut. Ja. Mit dein Turret hier so ein bisschen? Mitte ist super low, die werden jetzt Mitte pushen. Ja, ich hätte mit deinen Steins so einmal. Das war nix. Die P in... Zwei Minuten. Ja, ich move. Wollen wir einen BND-Wave gemacht? Wir verlieren Top-Lane Turrets. 3 Sekunden Q. Ich komm von hier. Lass mal gucken, ob die von Harrod gehen. Oh, ich kann mal? Ja. Oh, shit. Das wird ja zwei gehen hier. Ja. Meinst ihr kriegt den? Elise ist ja an der Seite. Ja, aber... Fast... Fast den ganzen Turret bekommen. Ich weiß nicht, wo die Rede aus. Du bist ziemlich strong, ne? Lol. Ich hab noch hier gleich nochmal. Kann nicht followen gerade. Weird game, ja. Geht man da die... Ist die Rede da irgendwo? Nein, nein. Die ist gebaset. Kannst machen, nur. Gehst du base für bot? Ja, ne? Gebaset ja. Na bot. Muss auch mit da. Ah, ich geb back up. Das ist fine. Warte, gib mir. Ja, wir haben zwei Stacks auf Yuumi. Game over. Scheiße. Warte, gib mir. Ja, wir haben zwei Stacks auf Yuumi. Game over. Scheiße. Scheiße. Hm, die Klicke oben sogar was, oder? Iri, der braucht ja noch. Könnten halt wieder alle unterwegs sein. Ihr habt keinen Backup. Ich glaub, die werden halt versuchen zu dritzen, zu viel drum zu move, um zu catchen. Oh, du hast gar nicht. Ich hab jetzt die P wieder ready. Rassana ist ungefähr even mit mir. Ah, ich hab noch Level 11 kurz. Wie ist Potter? Er ist wieder top. Ich geh top. Oder sollen wir swappen, Kevin? Ja, ja, swapps also. Ich geb back. Wir brauchen noch über zwei Minuten wieder Drake, ne? Dann können wir mit dem Meryl. Let me stop bottom. Also mit deinem auf jeden Fall per Maprio. Können wir zuerst rotieren, aber ich glaub gerade ist schwierig. Iri, der push top jetzt. Wenn Drake noch kriegen, wär juicy. Ich werd die Wave-Nover holen, dann move ich direkt zu euch wieder. Ja. Release am Blue. Können wir hier warden gehen, Tim? Lass mich vorher die Mitte noch einmal rein pushen und dann bist du, ne? Pass auf von hier, pass auf von hier. Ken ist bot miss, ne? Wir müssen ja weiter bot setzchen. Hier noch? Ja, Pink, Pink. Hier ist, ich klick hier Vision. Pink ist weg. Lux ist Mitte. Oh, die Lust. Frisch noch eine, die könnten alle da sein. Lux ist durchschloss. Nur V. Oh, wir commited nicht von den Lux, ne? Oh, close. Einmal drag, drag, drag. Oh, fuck. Ja, drag ist nicht ab, na? Das ist ein bisschen schwer. Ja, aber ich mein... Immer ist die Kack Elise an der Seite. Ja egal, das sind 55 Sekunden bis dahin bin ich wieder da. Ah, ist okay. Ken war auch hier. Ja, ich sub den. Oh shit. Oh shit. Oh, schön Spaceshit. Ich komme. Dank. Ui. Ui. Good. Nice. Ich hab nochmal TP. Hat der Ken geholtet? Ne, ne? Ne, der hat noch Holt. Können du die Rave nehmen, aber ich finde die jetzt schon TP' ich zum Drake. Da wir können, wir können Drake für Tempo verschleppen und Tim holt sich noch Hot Side Jungle. Dann ist glaube ich die Elise. Ich bin mega strong jetzt. Recall mal nicht, oder? Ich hab TP. Ja, aber... Und zweieinhalb tausend Gold. Achso. Wir können eigentlich chillen und den Drake noch fighten. Glaube ich. Weißt du nicht? Du kannst einfach Rave Rave noch holen und dann... Soll ich jetzt zum Drake TP' oder nicht? Ne. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Wobei... Ja, ich glaube ich kann echt noch Rapper kurz machen. Ja, ja, mach. Ich hab J in Prio. Bis klar da bei mir? Ich nehme mir einen Ward. Ja, ist dann erklärt. Oh, noch Herald, ne? Wie lange hast du noch Herald? 50. Release kommt. Oh, Release. Getren. Willkommen, wir kommen. Ich hab ein 10... Ich hab noch kein TP. Da können die Karten wogen. Ich hab den Tert auf. Sind wir Drake machen, oder? Ja, das ist Drake machen. Wir können den Herald aber auch stellen irgendwie. Stell dir mal... Stell dir mal... Stell dir mitte, 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 mitte. Richtig mitte. Ja, wir kriegen mit der... Wir wollen nur einschassen. Mach mitte. Mach mitte. Lass aber vorher rauspushen. Hier, der hat keine Ede kennen. Wie lange hast du noch? 25. 25. Nur nicht hinterher chasen. Wir haben da eh noch ein Pinkwater. Können wir noch auf der nächsten Welfen-Tablet waren, ja, oder? Kann man nicht. Dann stehen. Ne, ne. Okay, dann stehen einfach. Uff. Das kannte ich noch nicht. Warte, wo kanste ich das? I guess I need some help. Na, ich hab Spaschen auf Kodan von davor. wir kriegen noch ein schluss oder für der verbotzeit gehen ich habe richtigen jobs hat gestellt ich bin ja schon können oder wobei die menschen keinen ahnung ich glaube ich kann die richtig langen ich habe ich habe tp naja pust du mal weiter pust du mal weiter geh mal zu und die mir in bord irgendwie hier so getrappen was hast du denn noch so wenn dann dauert das ja eh 1000 jahre ich habe getrappet push weiter push weiter was haben wir in slow ran oh mein gott noch alle da wir müssen nicht falten wir müssen nicht yo 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 alle hier alle hier alle hier ja ich krieg oder hier können wir hier können wir hier noch mal die richtigen poppe habe kein zweimal 2 wenn man aber auch hier in köln wird ja was dafür gehen die können auch versuchen das zu nehmen aber es dauert halt ewig bekommen wir kommen wir kommen geht zu uns geht zu uns geht zu uns wir pushen weiter wir pushen weiter wir pushen weiter während der turret oh shit ey was ist denn heute los fünf sekunden auf sparsheet kann hier einer bauen ich werde gleich versuchen weg zu kicken ich habe sparsheet ab oder wir haben 20 sekunden wir können wir können wir können was die da ihren jump nicht geüßt hat war schon mutig ja mega mann ok passt nice oh ein cs bekommt geil ok passer ok ok das hier ich bin jetzt mega strong aber fast 3 items nice ja ich habe meinen slow scheiße ich brauche 40 gold ich brauche 40 gold für b bid connect oh sorry banschies pp immer noch ich würde mit einmal auspushen dann würde ich ja 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 mach mal oder du kannst auch ne rap darfst du nicht den nehmen mach nur lass für für näche setupen so wir sind 5 gegen 5 können wir jetzt glaube ich nicht fighten so ich weiss nicht wie wenn dann nur mit ner guten flanker oder das Die können trappen, aber hier war Lux. Ich mach mal Shadow hier. Wir sollten auf jeden Fall erstmal TP rausbläten, dann haben die übel viel Pescher. Wir sollten einen mit TP auf jeden Fall bot schicken oder? Ja ich kann gehen. Ja mehr Triple TP Advantage, äh Double TP. Wobei ich würde hier erstmal zusammen die Vision klären. Komm ich, komm ich auch. Die haben ein paar Pink Wards. Wollen wir Mitte zuerst nochmal auspassen? Du machst Mitte Prio. Kennen Bot Miss? Ja die werden den holen kommen. Ist fein für uns. Wir haben ne Mountain ne? Können eigentlich schon starten. Lass den anfangen, lass den anfangen, lass den anfangen. Willst du Tim oder willst du nicht? Ja lass den links halt ne. Wir müssen halt den Fight relativ hart versuchen zu forcen. Ja lass forcen, lass forcen. Lass nochmal nix mit. Okay. Okay. Lux is low. Nein aber mein, ich mach weniger, der Mensch hat sie schildet. Sind wir die wissen, sie werden jetzt... Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Ich werd die, ich werd die so. Das ist... Ja doch können wir, können wir. Können wir, können wir, können wir. Können wir, können wir, können wir. Ilysses CC. Ilysses CC. Oh, Ilysses kein Flash. Oh, sicker Flash. Oh, mit dem Flash hab ich nicht gerechnet. Testana kann heal. Holy shit hat der Damage gemacht. Oh, ich hab die Reha gekillt. Heal, 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 heal. Nice. Ja klar. Good job. Gehen wir zu Kevin, oder? Oh Alter, der hat die Baller hat ja keinen Holy shit. Alter, wir haben einfach weg gleich komplett. Jo, die konnten dich gar nicht töten. Ich hab die Reha ja auch noch gekirrt, als du da abgehauen hast und du durch die Dings geswitcht bist. Ihr seid echt klasse. Wir können, äh... Schönen den No-Look gehen. Durch, oder? 15 hab ich durch hier. Na, unten können wir nicht durch. Oder wollt ihr resetten dann nochmal? Ne, wir haben so nen Reset. Wir haben halt Double TP. Können wir 3 gegen 5? Nö, Gaffer für Drake und dann save. Wobei, actually... Wir haben halt wirklich Double TP, ne? Ja gut, komm. Machen wir uns den Spaß draus. Wir geben halt noch nen Fight. Warte, ich hol kurz frontline ran? Soll ich auf... Minion TP'n, wenn in Range, oder? Quats. Alter. Ja, ja, ja. Mitte, Mitte, Mitte. Alter. Ja, okay. Ich kann die, ich kann die so slowen, die kommen die wieder hier hin. Nice. Da wollt ihr ja Johnny Drake machen hier. Ich hab vergessen, dass ich TP hab, witzigerweise. Den die ganze Zeit WTPs. Ja, aber dann will ich nicht. Warte mal. Hier geht's. Boah, war ich süß los. Danke fürs Karin, war schön. Kann ich mich dran gewöhnen.